Wenn es halt schwierig läuft in dem Moment, dann ist das ja logisch, wenn die Familie, die geht nun mal vor. Das ist normal, das weiß ich nicht. Niemand weiß es besser als ich, der alles für seine Familie geopfert hat, die ihn am Ende in den Stich gelassen hat. Heißt das halt nicht, dass es auch bei anderen so läuft.